Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und heute geht es einmal wieder um die Top 3 Aktien und zwar um die Top 3 Aktien aus dem Monat Juni 2020. Ich habe mir selbst wieder die Frage gestellt, in welche Unternehmen würde ich denn aktuell am ehesten investieren, wenn ich denn müsste und diese drei Aktien stelle ich euch heute vor. Bevor es aber so richtig losgeht mit dem Video noch einmal kurzer Disclaimer. Auf meinem Kanal findet wie immer keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf statt und jeder darf mit seinem Geld natürlich selbst entscheiden, in was er investieren möchte und in was nicht. Ja um welche drei Unternehmen geht es heute. Ich habe drei Unternehmen aus drei verschiedenen Branchen ausgesucht. Zum einen ein Unternehmen aus der Technologiebranche, zum anderen ein nicht zyklisches Konsumunternehmen und ein zyklisches Konsumunternehmen, wie ich es ja schon in den letzten Videos auch vorgestellt habe. Und ja das Technologieunternehmen ist Cisco Systems, ein älteres Unternehmen schon, wenn man so will, im Bereich Technologie, die auch schon eine schöne Dividende zahlen und sehr viel Geld verdienen. Im Gegensatz zu vielen Unternehmen, die gerade erst auf den Markt kommen im Technologiebereich, wo oft sehr viel Hoffnung drinnen steckt und noch sehr wenig Gewinn ist es bei Cisco ganz anders. Aber da gehen wir dann später genauer darauf ein. Dann das zweite Unternehmen aus dem Bereich zyklischer Konsum ist Rational, die im Bereich Industrieküchen tätig sind und als letztes Unternehmen dann noch Racket Bankiser. Das ist sozusagen ein Konkurrent zu Unilever oder Procter & Gamble könnte man sagen, im Bereich nicht zyklische Konsumgüter. Ja, seid gespannt und nun geht es auch schon los mit dem ersten Unternehmen und zwar Cisco Systems. Ja und hier sind wir auch schon direkt im letzten Jahresbericht von Cisco Systems. Ich denke viele von euch werden das Unternehmen kennen oder schon mal gehört haben, den Namen Cisco. Aber was das Unternehmen eigentlich so genau macht, das ist oft nicht ganz so klar, denn die sind auch in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig. Man kennt es oft von den Telefonen in den Büros, wo Cisco oben steht, aber die machen natürlich viel viel mehr und da kommen wir gleich zu den Unternehmen umsetzen, wie sich diese verteilen. Wir sehen hier unten 58% Infrastructure Plattform. Also hier geht es um die Internetinfrastruktur könnte man sagen. Ja, das sind die Kerntechnologien von Cisco. Dazu gehören die Router, die Switches, aber auch Produkte zum Transportieren oder Speichern von Daten und das macht immer noch den größten Teil aus vom Umsatz und zwar mehr als die Hälfte. Dann kommen wir zum zweiggrößten Bereich, nämlich den Services. Denn Cisco bietet nicht nur eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Produkten an, sondern natürlich auch die Service Dienstleistungen für die Kunden, um immer alles am aktuellen Stand zu behalten, um direkt in den Firmen präsent zu sein, um zu schauen, dass alles läuft, alles funktioniert bei den Unternehmen. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Und ja, der drittgrößte Bereich sind dann schon die Applications. Hier geht es eher um Softwarelösungen eben und darum für die Kunden das Arbeiten effektiver und weniger komplex zu gestalten. Und ja, man kennt Cisco auch unter dem Bereich Cyber Security und hier geht es natürlich darum, Netzwerksicherheit, Cloud und E-Mail-Sicherheit, Zugriffsmanagement und so weiter, was da alles dazugehört zum Thema Sicherheit. Da ist Cisco sicherlich auch ein großes Unternehmen, macht aber hier vom Gesamtumsatz des Unternehmens nur 5% aus und dann noch ein kleiner Prozentsatz mit Other Products. Also ja, das macht nur 1% aus, darum gehe ich da jetzt nicht genauer darauf ein. Ja, wie verteilen sich die Umsätze geografisch? Da haben wir natürlich einen starken Amerika-Anteil von 60% immer noch und dann der zweitgrößte Bereich mit 25% hier Europe, Middle East and Africa und dann der dritte Bereich Asia-Pacific, Japan und China und das macht auch immer noch 15% aus. Ja und hier sehen wir noch, wie sich die Umsätze entwickeln von 2017 bis 2019. Wir sehen, bei den Produkten ist es langsam angestiegen, aber da ist man schon auf relativ hohem Niveau, muss man sagen. Bei den Services ist das Wachstum noch etwas stärker, dafür macht dieser Bereich etwas weniger aus. Aber alles in allem, ein Unternehmen, das natürlich sehr breit aufgestellt ist, sehr lange Historie schon hat für ein Technologieunternehmen und gerade diese Infrastruktur fürs Internet. Ich denke, das wird sehr entscheidend werden. Natürlich auch die Security-Sparte und ja, auch zum Beispiel mit Cisco Webex jetzt ganz aktuell in der Krise wurde das auch immer mehr verwendet und ich denke, ja das Unternehmen ist auf jeden Fall gut aufgestellt für die Zukunft. Der Aktienkurs war schon mal im Jahr 2000, glaube ich, deutlich höher wie er heute stand. Damals natürlich eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und aber auch heute Cisco ein sehr wertvolles Unternehmen noch und ja, die Zahlen zum Unternehmen, die schauen wir uns jetzt noch im Aktienfinder an. Und hier sehen wir schon, Cisco hat auch eine Auszeichnung vom Aktienfinder erhalten und zwar den Dividendensprinter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns Dividendeninvestoren. Ja und außerdem ist Cisco Systems auch sparplanfähig bei der Consers Bank. Wenn ihr dort noch kein Depot habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das über meinen Link eröffnen würdet. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Kurs steht aktuell bei 42 Euro und es handelt sich um ein US-Unternehmen aus dem Bereich Technologie. Kommunikationsausrüster ist hier der Subsektor und die Marktkapitalisierung beträgt 178 Milliarden Euro. Also schon ein sehr, sehr großes Unternehmen. Um sich das besser vorstellen zu können, wäre das Unternehmen im DAX, wäre es mit Abstand das größte Unternehmen und in Österreich sowieso. Ja, die Dividende wird wie für US-Unternehmen typisch viermal im Jahr ausgezahlt. Die Dividendenrendite liegt bei über drei Prozent aktuell. Ausschüttungsquote auf den Gewinn bei 56 Prozent, auf den Free Cashflow bei 40 Prozent. Die Dividende wird seit acht Jahren gesteigert und genauso lange gibt es auch schon eine Dividende. Der jährliche Zuwachs auf die letzten fünf Jahre betrug immerhin 12,6 Prozent. Und die Stabilität des Gewinns, die sieht auch sehr gut aus mit 0,97. gehört Cisco zu den konstantesten Gewinnwachstumsaktien, wenn man so will, im Aktienfinder. Also da gibt es fast jedes Jahr eine Steigerung beim Gewinn. Ja, in den letzten zehn Jahren wurde dieser um 6,77 Prozent gesteigert. In den letzten fünf Jahren sogar um knapp acht Prozent. Also das Unternehmen wächst noch ordentlich und das sieht man natürlich auch hier in der Wachstumsanalyse. Das sieht sehr gut aus. In grün hier der Gewinn pro Aktie. Wir sehen, wie das schön ansteigt. Nach einem Verlust im Jahr 2001 ist es eigentlich nur noch nach oben gegangen, sowohl beim Gewinn als auch beim operativen Cashflow und auch bei der Dividende. So soll das aussehen. Außerdem eine sehr schöne operative Marge von 28,73 Prozent. Das ist alles schon sehr ordentlich. Außerdem werden eigene Aktien zurückgekauft. Im Jahr 2020 auch schon 6,3 Prozent. Im Jahr 2019 8,8 Prozent. Also da wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und somit wird für uns Aktionäre, wenn wir schon investiert sind, ich bin es ja noch nicht, jedes Jahr unser Anteil am Unternehmen größer, ohne dass wir neue Aktien dazukaufen. Denn das Unternehmen kauft eben selbst die eigenen Aktien zurück und somit bleibt für uns mehr vom Unternehmen übrig. Und wir sehen hier schon die fairen Werte. Das sehen wir uns jetzt aber noch in der Bewertung etwas genauer an. Ja und hier sehen wir sehr schön, wie sich der Aktienkurs entwickelt hat. Enorm angestiegen bis Ende 2019 kann man sagen. Der höchste Stand war bei 55,95 US-Dollar. Dann ist es jetzt im Zuge der Krise doch ordentlich hinuntergegangen. Bis auf 39 US-Dollar. Und aktuell sind wir wieder bei 46 US-Dollar. Ich denke, ja wir hatten wirklich sehr sehr günstige Kurse. Da waren wir schon auf dem fairen Wert nach Gewinn. Das haben wir schon länger nicht mehr gesehen bei der Aktie. Seit dem Jahr 2016 waren wir dann nicht mehr fair bewertet. Wir waren auch unter dem fairen Wert nach Free Cash Flow und deutlich unter der historischen Dividendenrendite. Unter dieser liegen wir immer noch und jetzt aber wieder etwas über den fairen Wert nach Gewinn und Cash Flow. Naja, ich würde sagen, die Aktie ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so günstig, wie wir sie noch vor ein paar Wochen hätten bekommen können, aber dennoch immer noch vermutlich fair bewertet und mit hoher Dividendenrendite aktuell. Das ist ja auch schon mal sehr schön. Und ja, eine Qualitätsaktie auf jeden Fall, die es aktuell immer noch zu einem fairen Preis gibt und daher für mich der erste Kaufkandidat in diesem Monat. Und jetzt würde es mich natürlich noch interessieren, ob von euch jemand schon in Cisco investiert ist oder vor hat, diese Aktie auch ins Depot zu kaufen, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann kommen wir auch schon zum nächsten Unternehmen. Ja und beim zweiten Unternehmen handelt es sich, wie schon angekündigt, um das deutsche Unternehmen Rational, ein wirkliches Qualitätsunternehmen aus dem MDAX und ja, bei mir ganz weit oben auf der Watchlist. Vielleicht wird das der nächste Kauf werden bei mir im Depot und ja, ich habe das Unternehmen im letzten Video schon etwas ausführlicher vorgestellt, wo ich die Unternehmen des zyklischen Konsums vorgestellt habe. Genauer gesagt noch im Teil 2 dieser Videoserie. Und ja, schaut einfach da mal in diesem Video auch vorbei, wenn euch das Unternehmen genauer interessiert. Ich möchte jetzt in diesem Video dann nicht ganz so genau darauf eingehen wie im letzten Video. Ansonsten würde das Video etwas zu lange werden. Aber ihr seht hier schon die neue Innovation von Rational, der iCombi Pro und da ist man auf jeden Fall Technologieführer in diesem Bereich. Es geht hier um Industrieküchen, das heißt nicht für den Privatkunden, sondern für wirklich große Restaurants wie zum Beispiel IKEA zählt zu den Kunden oder auch KFC, also wirklich große Restaurantketten und ja, die vertrauen eben auf die Qualität von Rational. Ja und was hier die Qualität betrifft, ist man auf jeden Fall eben der klare Marktführer. Wir sehen hier ein paar Eindrücke von der Unternehmens-Homepage. Ja und jetzt zeige ich euch noch schnell einen Ausschnitt aus einem Video von Rational, das ihr euch einfach unter dem Unternehmen und natürlich auch unter dem neuen iCombi Pro vorstellen könnt, um was es da eigentlich genau geht und was genau der Vorteil ist, wenn man die Rationalprodukte verwendet. Ein Wunderschöner Re Burke. Musik 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 zahlen kann und dann macht man sich vielleicht gedanken über neue geräte von rational aber dennoch denke ich das unternehmen ist sehr gut aufgestellt was die finanzielle lage betrifft da wird man lange zeit durchkommen ohne größere probleme und somit denke ich das investment wird sich auf jeden fall lohnen wenn man einen langen atem hat ob es jetzt sehr schnell gehen wird wieder nach oben das kann ich nicht sagen aber langfristig denke ich wird sich ein investment definitiv lohnen aber das muss natürlich wie immer jeder selbst entscheiden und jetzt sehen wir uns einfach noch die zahlen im aktienfinder an ja der kurs liegt aktuell bei 480 euro und das unternehmen ist auch sparplan fähig bei der konsersbank und bei der comdirect ein deutsches unternehmen eines der vielen qualitätsunternehmen aus dem mdax und ja eine marktkapitalisierung von 5,5 milliarden euro ein deutlich kleineres unternehmen wie es jetzt cisco systems zum beispiel war dividendenrendite liegt bei knapp zwei prozent bei einer ausschüttungsquote von 71 prozent auf den gewinn ja und die dividenden die wurden nicht erhöht sondern sogar gesenkt finde ich aber nicht schlimm wenn das unternehmen gerade wirklich in einer schwierigen phase ist wie es wirklich über sehr lange zeit nicht mehr der fall war dann würde ich sagen ist es auf jeden fall die richtige entscheidung in diesem jahr keine dividende zu zahlen man kann das ganze nachholen wenn es wieder besser läuft stabilität des gewinns ist sehr beeindruckend eines der besten unternehmen in diesem bereich mit 0,99 und bei 1 wäre der top wert also da gibt es ganz wenige die da noch besser sind und jährlicher zuwachs des gewinns auf zehn jahre lag bei 7,19 prozent die letzten fünf jahre noch bei fünf prozent bewertung ist immer hoch aber da kann man wieder sagen qualität hat eben ihren preis der kurs ist jetzt aber deutlich herunter gekommen wir sehen eigentlich seit dem jahr 2000 ging es nur hoch beim gewinn bis jetzt zur aktuellen krise da ist es ordentlich nach unten gegangen aber die schätzungen sind auch schon wieder sehr positiv dass es wieder hoch gehen wird genauso beim umsatz auch bei der marge dasselbe ja das unternehmen leidet eben sehr stark unter der krise aber ansonsten ein absolutes qualitätsunternehmen und ja ich würde sagen die aktie war immer sehr sehr teuer ist jetzt vielleicht auch immer noch kein schnäppchen das wird die aktie vermutlich auch nie sein aber jetzt ist auf jeden fall ein deutlich besserer zeitpunkt zum einsteigen als noch ende 2019 da waren wir noch bei über 700 euro jetzt sind wir bei 480 euro also für mich eine sehr spannende aktie aktuell und ja vielleicht kommt die demnächst eben bei mir auch ins depot ja und jetzt kommen wir auch schon zur dritten und letzten aktie des heutigen videos und zwar handelt es sich um racket bank isa das unternehmen das ich schon angekündigt habe als konkurrenz zum beispiel zu unilever zu procter & gamble und so weiter und da sehen wir uns jetzt einfach auf der unternehmens homepage an welche starken marken da dazugehören und ich bin mir sicher ihr werdet einige davon kennen ja und hier seht ihr schon viele bekannte marken die zum unternehmen gehören und diese werden in drei kategorien unterteilt Hygiene, Health & Nutrition hier seht ihr schon zum beispiel Erwik, Klerasil, Detol, Calgon, Silitbang, Durex, Finish und so weiter ja das sind lauter marken die werden immer nachgefragt auch in der aktuellen krise teilweise sogar vielleicht mehr als vor der krise wir haben es ja gesehen wie am anfang die hamsterkäufe getätigt wurden und ja ich denke da haben einige vielleicht sogar mehr verkauft als in den letzten jahren und ja sicherlich einige starke marken mit dabei die ihr alle kennen werdet zum beispiel auch Strap Seals, Vanish, Vet und so weiter ja ich denke die kennt man eigentlich so ziemlich alle und somit wirklich eine starke konkurrenz eben zu unternehmen wie unilever wie procter & gamble und ja die sind definitiv auf augenhöhe doch racket bank ist meist viel unbekannter und ja jetzt schauen wir noch schnell in den unternehmensbericht und dann auch noch in den aktienfinder ja und hier sehen wir im unternehmensbericht die gesundheitsprodukte machen einen anteil von über sieben milliarden vom umsatz aus das ist mehr als die hälfte und dieser umsatz teilt sich 50 50 auf auf die entwickelten märkte und die emerging markets und ja das ist auf jeden fall schon mal eine sehr gute positionierung ich denke in den emerging markets wird hier noch viel möglich sein da sehen wir noch mal die marken die hier dazugehören und dann haben wir noch den zweiten bereich hygiene und home mit knapp fünf milliarden also der etwas kleinere anteil hier sind die entwickelten länder doch deutlich stärker mit 75 prozent und in den emerging markets erst mit 25 prozent ja wird sich sicherlich in den nächsten jahren und jahrzehnten noch etwas verschieben aber auf jeden fall ein sehr gut und breit diversifiziertes unternehmen und jetzt schauen wir uns noch die zahlen etwas genauer an ja und freut mich ganz besonders bei diesem unternehmen dass ich euch jetzt eine neue funktion auch im aktienfinder zeigen kann aber zuerst mal zu den punkten 80 euro ist aktuell der aktienkurs ein britisches unternehmen das ist auch für uns dividendeninvestoren sehr angenehm ähnlich wie bei den us-unternehmen da gibt es keine nervigen steuerprobleme nein das funktioniert da alles sehr gut das unternehmen gehört eben zum nicht zyklischen konsum und zum bereich haushalts und pflegeprodukte wird hier eingeordnet marktkapitalisierung bei 57 milliarden euro also auch ein relativ großes unternehmen die dividende wird zweimal im jahr gezahlt und das ist aktuell eine dividendenrendite von 2,42 prozent ja und hier sehen wir schon was ich eben angesprochen habe ausschüttungsquote liegt hier bei über 100 prozent und auf den free cash flow auch bei deutlich über 100 prozent und ja da stellt sich die frage was ist da los bei dem unternehmen und wir sehen ja schon was da für ein gravierender verlust anscheinend passiert ist in den letzten jahren ein ganz starker roter balken und früher war das immer etwas schwierig im aktienfinder man weiß jetzt nicht an was das liegt wenn man im unternehmensbericht schaut sieht man ja der gewinn ist eigentlich gestiegen und hier sieht es aber etwas anders aus und das liegt natürlich immer daran dass es hier um den bereinigten gewinn geht dieser wird von racket bank ist auch angegeben dieser ist gestiegen aber der bilanzierte gewinn der ist stark zurückgegangen und jetzt können wir einfach unter den punkt bewertung reinschauen und dann fällt uns gleich auf dass es dem unternehmen vielleicht doch nicht so schlecht geht wir sehen hier eben beim gewinn deutlich ist es hinunter gegangen anscheinend wenn wir aber den bereinigten gewinn ansehen sehen wir wie der gewinn eigentlich sehr konstant weiterläuft und wenn wir hier mal den normalen gewinn also den bilanzierten gewinn herausnehmen sehen wir dass das ganze gar nicht so schlecht aussieht wir können dann auch einen fernen wert einblenden und ja was ist der richtige gewinn das ist natürlich immer schwer zu sagen aber da kommen häufig viele abschreibungen oder umstrukturierungen vom unternehmen die hier reingerechnet werden und somit ist das natürlich nicht so aussagekräftig für das operative geschäft in den letzten jahren und wenn wir uns eben die bereinigten gewinne ansehen dann sieht das ganze schon deutlich besser aus und macht natürlich zur bewertung deutlich mehr sinn und ja wir sehen auf jeden fall der aktienkurs ist schon wieder sehr deutlich angestiegen wir sind eben aktuell deutlich auch über dem fernwert nach dividende und natürlich deutlich über den fernwert nach dem cash flow den können wir aber hier nicht heranziehen aber auch eben deutlich über dem fernwert nach bereinigten gewinn somit würde ich sagen ja die aktie ist aktuell eher kein schnäppchen aber das ist nun mal so bei diesen unternehmen die eben so gut positioniert sind in dieser aktuellen krise die da ohne probleme einfach weiter steigende umsätze und gewinne erwirtschaften können und sogar noch profitieren von der aktuellen krise die haben natürlich jetzt auch keine so starken einbrüche im aktienkurs zu verzeichnen und das hängt jetzt natürlich vom jeweiligen anleger an wenn man eher von einer starken erholung jetzt ausgeht dann würde ich eher vielleicht zur rational aktie greifen da ist noch mehr potenzial wieder nach oben wenn man eher davon ausgeht dass vielleicht eine zweite welle kommt dass die krise doch noch stärker wird als wir jetzt vielleicht vermuten dann würde ich vielleicht eher zu racket bank ist ergreifen das ist ein eben nicht zyklisches konsum unternehmen und egal was passiert diese produkte die werden weiterhin gekauft werden und sowas in der vergangenheit so wird vermutlich auch in der zukunft sein die höchste rendite wird man vielleicht nicht erreichen können mit dem unternehmen aber eine sehr stetige dazu eine schöne dividende und man kann sich das auf jeden fall mal das alternative zu unilever und co ansehen und ja das war es jetzt auch schon mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen und natürlich auch die drei unternehmen schreibt mir gerne in die kommentare welche der unternehmen ihr selbst im depot habt und natürlich auch freue ich mich über euer feedback wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben und auch ein abo da und ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen feiertag und ja bleibt gesund und ich freue mich schon aufs nächste video